ja hallo zusammen da bin ich wieder eine neue folge grimdorn und ich habe das kunden das gesucht habe da ist er nämlich gesagt ich glaube ich mache erst mal das gesocks aus sonst wird schwierig das nervt hat so ein bisschen und ich kriege auch gerade richtig aus dem maul was mir überhaupt nicht gefällt aber so überhaupt gar nicht oh 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 so mein freund können wir jetzt mal wir beide alter er suche ich mir ein wolf nach dem penner und ich meine das genauso wie es gesagt habe ich suche mir ein wolf nach dem penner und jetzt ach bitte was ist denn da der nächste sprungpunkt ich muss erst mal hallo wir uns gerade hilft mir jetzt da nicht das ist ja gar nicht so weit weg nun gut ja was soll ich dazu sagen das war jetzt mal echt frustrating so dann werden wir uns da mal alter wieso hat der sack mich gekillt jetzt können wir uns hier wieder mit den ganzen gesocks umschlagen wo ich gar keinen bock drauf habe ich versuche da einfach mal so durchzurennen und die wir alle weg zu ignorieren mal sehen wie weit sie mir folgen ach du ahnst es nicht nein ich halte das für keine gute idee jetzt im nachgang gesehen na da war mal da war ja dumm muss man erst mal hier so so ist besser kann ich jetzt so hier schon mal ein spieler gab damit haben wir zumindest ein teil meiner eps zurück holt und jetzt wollen wir beide mal hier ich hab nicht kein bock mehr auf dich das wirst du immer gemacht das war nicht lustig naja oder auch ganz gut rein der sack aber das alte spiel bleibt niemand da stehen wo kreise auf dem boden sein ich muss beim st Rock aber ganz schnell dich auto Actu Penner so er machte aber scheiß Komm, stirb. Hör mal irgendwie raus. Alter, ist der Scheiße. Ich weiß zwar nicht, was der tut, aber es macht Aua. Alter. Das war jetzt auch so ordentlich knapp. So, aber zumindest haben wir da einen Haken hinter. Manche Gegner machen mir echt Schwierigkeiten. So, den können wir erstmal wieder weg und können uns hierhin porten. Ja, das soll die letzte Folge für heute sein. Grundlegend überlege ich, am Freitag einen Stream zu veranstalten, um sozusagen den neuen Held, die neue Heldin vorzubereiten. Hier auch nochmal der Aufruf, gerne Vorschläge für die neue Klasse. Es wird so sein, dass ich eine Klasse schon mal vorspielen werde. Plan ist, direkt auf Elite einzustarten, weil ich keine Lust habe, das komplett nochmal auf normal durchzuspielen mit dem neuen Helden oder der neuen Heldin. So, dass ich dann die erste Klasse schon mal wähle. Deshalb auch nochmal, also ich kann es noch nicht genau sagen. Ich muss gucken, wie es Freitag bei mir aussieht. Also entweder Freitag oder eben halt am, ne, es bleibt nur Freitag, weil das restliche Wochenende bin ich verplant. Und ich werde wieder ein Jahr älter. Ja, ähm, faktisch ist es so, also wenn, dann am Freitag, und ich glaube, das werde ich auch tun, am Freitag dann entsprechend, ähm, ja, ein Stream, mit dem ich die neue Heldin starte. Aber wenn, dann kündige ich das auf jeden Fall noch an. Apropos ankündigen, da ist der Typ, der uns diese Scheiß-Quest gegeben hat. Hallo. Hm, die Stensch von rotten Hörern folgt euch, Outsider. Komm, bring sie mir. Äh, ist das Lach, ist das Lach hier? Hm, ja. Yes, we would not want to waste a perfectly good corpse, now, would we? Okay. Chased her far. Ravager will enjoy her heart. Okay. Yes, these should satisfy Ravager's hunger for a time, once he is reborn. Now be gone, Outsider, before I give in to my urges to gut with my knife. It is Ravager. I do not know what I had done to scorn the Great One, but here, on the hour of his imminent return, the Spirit demanded that in honor of selecting a Chosen to serve as his flesh and blood go to you. To you, an outsider. The three have already come forward. The blood of one of them shall serve as the catalyst, and the flesh will feed the Wendigo. Well, it is Ravager, who performs the final right, or her brother Jordan, or perhaps Tyval. Speak to the Chosen, and although it pains me to lose an Acolyte, it truly does, it is ultimately the will of Ravager that we all must serve. The Great One shall feast upon their flesh, and through it, he shall be born anew. Ja, sowieso egal, sind Arschlöcher. All of our efforts, all of our sacrifices have come to this moment. Blood shall spill and we shall feast upon flesh. Na ja, du willst das ja förmlich. Warum sollte ich euch auswählen? Ich bin bei weitem der stärkste in Barrowhorn. Niemand kann es mit meinem Blutdurst und meiner Fähigkeit mit der Streit-Axt aufnehmen. Ich selbst habe schon unzählige Dämonen in Uttgenburg zur Strecke gebracht und fürchte... Aha. Okay, was ist mit dir? Warum willst du... Skorff mag zwar unser Anführer sein, aber ich war es, der alles eingefädelt hat, um die Reisenden hierher zu locken. Aha. Hier war es ja die ganze vollen Handlung. Aha, okay. Du bist also ein Mischstück. Blood shall spill and the Great One shall feast. We're all but servants before him. Aber ich kann mich nur darüber wundern. Du bist... Ja, das... Ja, sie war ein ziemlich setting. Aha. Aber gut, es hält nicht ewig. Warum sollte ich dich auswählen? Tyreld mag unser Beschützer sein und meine Schwester die Weise, aber ich bin Skorffstreu. Nachfolger, meine Hinweise... Tja, schwierige Entscheidung. Ich nehme sie, weil sie so ein Mischstück ist. Äh... Ich werde sie. Mach mal. Ich habe doch mal so ein paar Fragen. Äh... Was genau ist der Zerstörer? Der Zerstörer ist so alt wie Kairn. Äh... Fäschigerweise von Bestien, Gott verachtet, wusste mir Zerstörer. Aha. Noch eine Frage. Wie lautet der Plan des Zerstörers? Da sein Körper wiederhergestellt wird, die Zerstörer die Welt in einem Ton mit Makel, der das wertvolle Blut stehlen will, das Recht, wie sie ihm gehört, befreien. So, so, so. Aha. Ich habe da mal noch so eine Frage. Äh, was passiert als nächstes mit... Dass wir sehen... Dass ich... Also Gott, man... Niemand wird sich gegen uns stellen. Ich habe mal noch eine Frage. Und äh... Wie kam es zu... Ich bin ein Reisender, so wie ein Blah. Okay. Äh... So, also hier kann ich nicht mehr machen. Ich knie von jemandem wieder? Fick dich. Äh, Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt, ne? Damit konnte ich sie trotzdem nicht befreien, die Reisen. Das nervt mich total. Bitte, Spendier mit deinen Aktionen, Outsider. Hm, ja. Ach, super. Nun gut. Das war ja ein typischer Satz mit X. Das war wohl nix. Ach, krankes Volk. Das ist nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Sag ich ganz ehrlich. Aber gut, es kann nicht... Haben wir noch was? Nee. Dann zum Altar und halt noch Tüte Silvaria. Äh, ist hier irgendwo ein Händler? Und zwar... Den meine ich nicht. Ist doch bestimmt noch ein anderer Händler, oder? Ja, Quartiermeister. Ich will da nochmal gucken, ob ich jetzt in den Keller reinkomme. Vermutlich nicht. Aber das nervt mich so, dass ich die nicht retten konnte, ey. Das habe ich irgendwie, glaube ich, noch nie geschafft, sie wirklich retten zu können. Umso mehr nervt es mich gerade, dass es mir wieder nicht gelungen ist. Und ich im Gegenteil sogar noch so einen blöden Gott auf die Welt holte. Gut, der Kett... Ja. Ja, danke. Dann gehen wir jetzt nochmal eben zum Quartiermeister. Und schauen wir mal, ob wir da irgendwas holen können, was uns für uns Sinn macht. Tüdelülülü. Hier ist er. Hallo, du da. Wir haben hier erst geehrt. Respektiert. Geehrt. Da ist mal nichts wahrscheinlich. Ne, das ist auch alles so weit weg. Was habe ich da denn jetzt gemacht? Egal. Kaufen wir. Kaufen wir. Aha. Du hast nicht genügend Eisen, ein Träumchen. Was soll das kosten? Das kostet mal 68.000. Aber die haben eh nichts, was für mich irgendwo interessant ist. Oh. 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 Moment einmal. Okay, wir müssen hier mal... Okay, Lieben, ich beende die Folge mal eben. Und dann gehe ich mal ein bisschen verkaufen und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann, ja, in der nächsten Woche oder möglicherweise Freitag wieder, wenn ich den Stream machen sollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.